So, heute mal hier ein Rundchen. Ich starte noch mal ein bisschen bescheidener hier. 80 und 10. Los geht's. Jawohl, guten Tag, hallo. Schön, Sie zu sehen. Ui, 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 alter Falter. Oh, geil. Hammer. Richtig weasy. Wie hübsch. 80. Mensch, wie kann man das jetzt drehen lassen? Das ist ja krass. So, hier sieht es sich vielleicht hochsichern. Okay, sehr nett. Weiter geht's. Boom! Und vor allem Later geht's. Oh, wasser? Oh, meine Damen und Herren! Wunder, jetzt kannst du auch mal voll machen da. Na? Na? Oh, schwein gehabt. Na, jetzt macht er zu, wa? Ja, genau so haben wir uns nicht gedacht. Dann sind 20 und 10. So, hier weiter. Oh, komm schon an. Du nun nicht, so war das nicht gedacht. Ja. Na? Hm. hmmm smooth auch weg oh mal ran hier na noch ternacht nochmal 7 6 7 8 8 9 10 11 So, das normale Chicken-Vollbillchen hier, war ja auch nicht so übel. Dann muss der Schmalztaub alle wieder kommen. So, alles voll. Jetzt könntet Vollbüder hageln. Das wird denn, ne? Oder Schmalztaub gucken. Jetzt werden jetzt mal sofort Gewinne kassiert. Sofi, gell damit. Wollen wir eigentlich nur annehmen. Nur so lange, wie er die Nase dann voll hat. 10er, nehmen wir auch mit. Oh, her damit. Kleinvieh macht auch Mist. Oh, Action-Games. 6 oder 60. Wer damit. Gebräter Schotter. Oh. Gebräter Schotter. Okay. Immerhin. Fast 300 auf der Uhr. Oh. Immerhin. Fast 300 auf der Uhr. Jaaaa. 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 Die gehen wir doch gerade so. Die gehen wir doch gerade so. Da sind mal wieder unsere Krönchen. Da sitzen mal wieder unsere Krönchen. Jaaaa. 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 Das finde ich auch noch nicht. Jaaaa. Soll es wohl nicht sein mit der verflexten Karte hier. so wir lassen schon mal wieder alles voll und actiongames 6 damit jawohl das her sofort hier bitte jawohl 6 Hör mal an, ich hab doppelt Ah, holl ab Jawoll! Richtig sauber! Zwillinge! Wenn wir jetzt mal so zwei angucken sollen, vielleicht wird er mal auf die Siege hüpft. Geil! Manche, kannst du ein bisschen ruhig machen. Wir nehmen einfach nur mit. Na, die Einschläge kommen dichter. Oh, Alter! Geil! Richtig geil! Richtig geil! Richtig geil! Richtig geil! Das passiert ja nur. Wirklich nicht jeden Tag hier. Hammer! Richtig geil! Zehn Stück! Ja! Wahnsinn! Das ist doch mal eine Runde, die läuft. Da sind wir ihm auch nicht böse, wenn er jetzt die 85 schluckt. Aber von mir aus kann er noch ein bisschen. Jawoll! Sechs! Wasch auf! Wasch auf! Wahnsinn! Wahnsinn! Mann, das ist wie Musik in meinen Ohren! Wahnsinn! Wahnsinn! Läuft! Läuft! Wahnsinn! Nehmen wir natürlich! Nehmen wir natürlich! Das Kieren brauchen wir hier nicht! Hammer hart! Eure schön geklaut, du! Eure schön geklaut, du! War aber nicht so sehr spendabel! Lalalalala Lalalala Krönchen! Krönchen! Krönchen ist immer gut! Menschen Games! Oh! Wieder ihn gemopst hat er! Und da macht er den Sack zu! Na die seien ihm nur gegönnt! Haha! Sehr, sehr schön! Das hat er mal richtig Laune gemacht! So! Geil!